Hallo und herzlich willkommen zu der Nach-der-Angst-Playlist, wo ich diese Challenge, die ich in dieser Angst-Serie hatte, einen Level 3 mit ihr zu schaffen, einen Level 3 Aufgaben zu schaffen, in verschiedene kleine Videos zu verteilt habe. Versprochen war das Tor, was noch nicht hundertprozentig geklappt hat, war der einfache Galopp-Wechsel. Aber vielleicht zeige ich euch den mal in einer richtigen Level 4 und das schon mal sehen. Nach dem Tor geht es jetzt darum, dass ich es möglichst auf die Position stehe. Das Tor bleibt jetzt dran, wo ich anfühle das Tor an den Weg, nachquers weg. Wir haben das überhaupt nicht berühmt aus dem Zügel und ich finde das eigentlich jetzt ganz okay. Aber wenn man jetzt Western reiten würde, würde man natürlich auch wollen, dass man nur ein bisschen Zügel hat. Dann kommen wir jetzt nochmal einmal in die anderen. Hier würde ich jetzt den Riegel aufmachen mit den Western reiten, wir haben hier keinen zurück mit dem... Hier würde ich jetzt den Riegel aufmachen mit den Western reiten, wir haben hier keinen zurück mit dem... Hallo! Weg! Sehr schön, gut! Und vorwärts. Und einmal den Popo rum, nicht fressen. Schön! Haben Sie viel. Können wir das mal wieder zu machen? Wow! Wenn Pferde grasen, man kann die natürlich davon abhalten, dann kann man die auch nicht vorwärts treiben. Und man kann die auch einfach vorwärts treiben. Weil wer grast, kann eigentlich nicht. Wenn man das jetzt intensiver üben würde, sollte man meinen, dass man irgendwann interessante nicht mehr für das Pferd ist, als das war. Aber für heute reicht mir das, bin ich ganz zufrieden und sage, wow! Lass wir wieder grasen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!